Wir sollten eine Partei sein, nicht zwei. Die Flügelstreitereien lähmen uns. Nur wenn wir eine Partei sind, kämpfen wir gemeinsam. Nur wenn wir gemeinsam kämpfen, können wir unsere Kraft voll entfalten. Und kämpfen müssen wir. Ich habe seit fast fünf Jahren im Bundesrat und im Land grüne Politik umgesetzt. Ich weiß, dass wir mehrheitsfähig über unser enges eigenes Milieu hinaus sein können. Ich war Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender und zweimal Spitzenkandidat. Immer habe ich für grüne Eigenständigkeit gefochten. Jetzt will ich das mit euch tun. Dies ist eine politische Zeit. Machen wir sie zu unserer Zeit. Machen wir die Grünen wieder zu einer Bewegung. Deshalb kandidiere ich als Spitzenkandidat.